einen schönen tag liebe freunde jetzt mache ich ein kurzes video über meine feigen baumstecklinge die ich etwa vor zwei und drei wochen in diese steinbohr blöcke eingesteckt hatte das ist der aktuelle zustand mittlerweile entwickeln sich langsam die blätter die triebe platzen seitlich das heißt das zeigt auch dass es den pflanzen sehr gut geht und die momentan auch jetzt in einem wachstumsschub bekommen haben aber in den blöcken oder außerhalb der blöcke kann man die wurzeln nicht erkennen ein zeige ich mal hole ich mal hier raus in so ein block sie sind immer noch momentan nass der pflanze geht's top so ich denke mal eine woche wird es dauern bis sich die ersten wurzeln aus diesen blöcken zeigen aber ich bin voller zuversicht dass sie überleben werden und angehen werden und sie sehen momentan sehr gesund aus besonders er hier hat eine tolle blattentwicklung ich sehe mal der wird als erster kommen wurzeln bilden so sehen stecklinge feigenbaumstecklinge etwa in steinwohr blöcken aus nach 200 wochen das vorteil daran hat ist es ist sehr steril sauber ihr könnt viele stecklinge einer kurzen fläche ziehen sie sind natürlich in einer box habe ich rausgeholt die werde ich wieder in die box rein tun aber um die präsentation zu machen habe ich das hier in meiner küche aufgestellt